Servus und herzlich Willkommen zum Schweinepriester Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Ich will ja die ganze Reihe eigentlich mal durchmachen. Das ist ja eigentlich mal Spiel. Und jetzt kommt Brotherhood. Ich bin echt mal gespannt, ob die... was? Blablabla... mhm, nein, ich will weiter. Danke. Ich bin mal gespannt, ob die... nur die Ezio-Story weitergeht oder auch die... Desmond-Story. Machen wir noch ein bisschen... Müsste eigentlich alles so hoch sein. Gut, na dann. Ab geht's. Desmond, nein. Ich bin der Dynamite. Ai. Ich glaube, niemand rechnet damit, eines Morgens aufzuwachen und mitten in einem Krieg zu stecken zwischen zwei Geheimbünden. Also ich nicht. Aber hier bin ich. Auf der einen Seite die Templer, besser bekannt als Abstergo Industries. Ihr Geschäft heißt Macht. In Politik, Wirtschaft, Technologie. Sie geben nicht auf, bis jeder einzelne von uns ihnen dient. Quasi. Gegen sie kämpfen die Assassinen. Eine Gruppe, die den freien Willen der Menschen schützen will. Durch mein Blut gehöre ich zu ihnen. Vor ein paar Wochen fanden mich die Templer. Sie entführten mich. Banden mich auf eine ihrer Maschinen und ließen mich arbeiten. Das Ding heißt Animus. Darin verbrachte ich viel Zeit. Erlebte die Erinnerung meiner Vorfahren. Entdeckte ganze Leben, gespeichert in meiner DNA. Ich erlebte die Erinnerung des Assassinen Altair. Er war bei den Kreuzzügen. Die Templer wollten den Standort eines sogenannten Edensplitters finden. Ein antikes Artefakt, das den Willen beeinflussen kann. Sie dachten, sie hätten, wonach sie suchten. Und beschlossen, mich zu liquidieren. Aber Lucy half mir. Lucy. Als es ganz finster aussah, gab sie sich als Assassine zu erkennen und flog mit mir. Ich hoffte, das wäre das Ende meiner Pechsträhne. Aber es war erst der Anfang. Ich stieg wieder in einen Animus. Nun erlebe ich die Erinnerungen von Ezio Auditore da Firenze, meinem Vorfahren aus der Renaissance, auf der Suche nach Antworten. Durch den Sicker-Effekt werde ich nun wirklich zu einem Assassinen. Und das ist gut so, denn die Templer wollen uns alle versklaven. Sie fanden uns. Sie stürmten unser Versteck. Jetzt fliehen wir und suchen nach Schutz. Doch es gibt keinen, die Zeit läuft. Mein Name ist Desmond Miles. Das ist meine Geschichte. Nice. Schöner Rückblick, muss man sagen. Ich hatte schon Angst, dass die normale Story nicht weitergeht. Die mit Desmond. Ah, die Grafik sieht schon besser aus. Wie habt ihr mich gefunden? Mario Auditore führte mich her. Oh, 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 ich... Es geht schon los. Action, action. Fehlschlagen. Oh, scheiße, was geht da unten? Unser Lieblings Italiener Ezio Auditore da Firenze. Willkommen ist da. Ja. Rebekka, was ist los? Ich muss eine Diagnose machen. Ich melde mich gleich. Okay. Weeeey. Zehn U-Play-Taler. Bombe, hä? Das ist natürlich wieder mal typisch Dynamite. Es ist getan. Die Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt nun. Wir alle. Wir können nichts mehr tun. Nun liegt es an dir, Desmond. Wohl? Ah. Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen. Ah, genau. So hat es ja aufgehört. Cool, das Original meine Rüstung. Ezio Auditore. Aber das muss ich jetzt nicht alles lesen, oder? Muss ich das mit der Maus machen? Ihr wisst, wer Ezio ist. Ja, cool. Genauso habe ich aufgehört. Ach Gott, weiß ich noch, wie es geht. Ja. Okay. Äh, ist hier nicht irgendwo Rodrigo Borja noch? Oder auch nicht? Feste ziehen, mein Freund. Feste. Na komm. Ähm. 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 Äh! Ähm. 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 Wir schickten einen Mann gegen eine ganze Armee. Ich war besorgt. Schnell, komm hoch! Wir müssen hier weg! Ernsthaft? Ähm, okay. Was? Was, 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 was? Eines Adelauge an und auszuschalten. Okay. Ah! Äh, ja. Hä? Warte, halt! Ah! Ah! Na, also. Ja! Darüber. Ah, das war nix. Genau, Umschuld war's. Okay. Ähm, jetzt darüber. Alea, hopp! Ah, das war gut. Oh, ich kann's noch. Oh, Alter! Äh! Ihr würdet nicht glauben, was ich gesehen habe, Onkel. Dann bleibt mir bloß am Leben, damit ich davon erfahre. Ich rechne mit Widerstand. Und ich rechne damit, dass die Borgia heute Nacht viele Verluste beklagen. Okay. Mario Auditore. Der Onkel von Ezio. Dann folgen wir ihm mal. Gucken, ob ich's noch kann. Äh, ich... Okay. Nein. Nein, sowas. Okay. Wir müssen gehen. Ja, 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 ja. Ich bin der Teufel. Wendet euch ab. Oh. Ja, genau. Rennen wir einfach mitten durch. Ja, Onkel der Bishop. Langsam, hä? Ähm, immer. Okay. Ja. Ich kann's noch. Stimmt. Du kannst es immer noch. What a quest. Excellent. Schlag nochmal zu. Sehr gut. Imposant. Bringen wir das zu Ende. Oh. Lauf, ich gebe euch einen Vorsprung. Die Drehung ist... Oh. Oh. Fatisotto. Ha. Ha. Fatisotto. Afangulo. Ich bin hier. Assassino. Wo denn? Gar nicht. Du. Du. Ähm. Du. 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 Upsa. Herrlich jetzt. Und tschüss. So. Kann man jetzt eigentlich weiter. Kann man jetzt eigentlich weiter. Der rennt halt vor. Dein Ernst. So macht man das richtig. Hast du gesehen? Du bist wahnsinnig. Ah. Ah. Dunkel. Wo rennst du? Ah. Ernsthaft. Wie hab ich das vermisst? Ah. Ah. Okay. Die Entscheidung liegt allein bei dir. Doch fälle sie schnell. Gib ihn mir. Mach später damit, was du willst. Penny. Spring! Aber, aber. Los, Kolosseum. Ubisoft präsentiert. Assassin's Creed. Brotherhood. Ah. Einfach wieder schön. Geht ins Intro ruhig. Ein bisschen länger laufen lassen können. Lippada. Lippada. Monteriggioni. Januar 1500. Und dann sprach Minerva von der Sonne. Von einer Katastrophe, die vor langer Zeit geschah und wieder geschehen wird. Das war die Göttin Minerva. Quero. Dann müssen wir uns darum nicht sorgen. Sie. Vielleicht ist unser Werk vollbracht. Wäre das so schlecht? Was zur Hölle? Wir haben das Arsenal aufgestockt, als du weg warst. Okay. Ah. Und jetzt ist es üblich, Besucher mit Kanonenkugeln zu empfangen. Bitte verzeih. Sie stehen erst seit ein paar Tagen. Meine Männer sind im Umgang noch nicht geübt. Gott sei Dank. Ich mein's auch. Macht uns doch alle kaputt. Wo willst du hin? Im Stall oder? Oder rein? Er will rein. Ach ja...